Diese Woche haben wir Denim-Weig. Wie ihr seht, auf alles Denim 25% Rabatt. Ich erkläre es euch genauer. Diese Woche, wie gesagt, Denim-Weig. Wir verkaufen alles, was wir am Lager haben, was Jeansig ist, für 25% Rabatt zu verkaufen. Wie ihr seht, haben wir Rocker-Jacken für Damen, Rocker-Jacken für Herren. Wir haben BMW-Jeans-Anzüge, komplette Anzüge, Jackenhosen. Wir haben von der BMW auch verschiedene Jeans. Es gibt schwarze, es gibt blaue. Natürlich haben wir auch verschiedene Rocker-Jeans. Alles Denim, was wir haben, diese Woche. 25% Rabatt kommt vorbei. 1 2 1 1 2 4